Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, was ich geben wollte, da die Honeyball auf die Thematik aufmerksam gemacht hat, dass man nicht unbedingt hier alle Videos in der Timeline sieht. Also man sieht zwar schon einige hier, aber es entgehen einem doch immer wieder welche, weil YouTube ein bisschen rumspinnt und da habe ich dann bei mir die Lösung gefunden, ich benutze diese Liste gar nicht, um irgendwie rauszufinden, welche Videos neu sind und ich gucke auch nicht hier einzeln in die Abonnenten rein, sondern ich benutze einfach einen Feedreader, also einen RSS-Feedreader, wie zum Beispiel den Google Reader. Ich habe das hier mal vorbereitet und zwar ist hier einmal der Feed vom Rahmschnitzel eingetragen, hier sieht man auch, sind alles irgendwie relativ neue Sachen. Hier als Datum steht jetzt gerade irgendwie 12.23 Uhr morgens, also 0.23 Uhr. Das ist quasi vor 5 Minuten gewesen, wo ich es hier eingetragen habe. Also hier sieht man die Videos und ich zeige euch mal, wie ihr zum Beispiel die Honeyball abonnieren könnt. Dafür braucht ihr eine Adresse, die blende ich hier mal ein. Das hier ist die URL, die zeigt auf den RSS-Feed. Der Teil hier ist relativ egal so. Wichtig ist der Part hier, wo der Benutzername steht. Hier steht HoneyballLP und den könnt ihr austauschen zu beliebigen YouTube-Benutzernamen, den ihr gerade gerne abonnieren wollt. Und dann markiert ihr das Ganze, kopiert es, geht in den Reader, klickt hier auf den großen roten Subscribe-Button, fügt die URL da ein, klickt auf Add und wartet, was passiert. Oh Wunder, oh Wunder. Und hier taucht der Feed auf. Und hier sehen wir schon das Video, das Infovideo. Und wenn hier neue Videos auftauchen, erscheinen sie hier auch als ungelesen. Das heißt, ihr seht auch immer, wenn es neue Sachen gibt. Und ich kann jetzt zum Beispiel auf das Infovideo mal draufklicken. Sehen wir hier ein bisschen Info. Und klicken wir hier drauf. Und schon können wir uns das Video im Grunde anschauen. Genau. Ja, also und jetzt sehen wir auch schon, hier ist nur 24 markiert, einer weniger. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ist er auch nicht mehr da, weil hier werden nur alle ungelesenen Videos angezeigt. Ich finde das sehr praktisch, gerade wenn man wirklich nichts verpassen will. Und ja, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr es auch machen wollt. Ansonsten dann viel Spaß dabei und ich hoffe, der Tipp hilft euch ein bisschen. Tschüss.